In Bad Füßlau ereignete sich vergangenen Samstag ein tragisches Ereignis, bei dem drei Menschen ihr Leben verloren. Die Ermittlungen der Polizei deuten auf ein erschütterndes Szenario hin. Ein 77-jähriger Mann soll zwei Gäste in seiner Wohnung erschossen, dann das Feuer gelegt und sich anschließend das Leben genommen haben. Diese Erkenntnis stützt sich auf die Feststellung, dass in den Lungen des Wohnungsinhabers Rauchgase nachgewiesen wurden, bei den beiden Besuchern jedoch nicht. Die Untersuchungen am Tatort und die Autopsieergebnisse weisen darauf hin, dass der Wohnungseigentümer die beiden Männer, geboren in den Jahren 1956 und 1969, mit einer Schrotflinte sowie einer Pistole getötet hat. Anschließend legte er an vier Stellen Feuer, von denen an drei Stellen Flammen ausbrachen. Die Ermittlungen ergeben weiterhin, dass keine vierte Person in das Geschehen involviert war. Das Motiv hinter dieser Tat bleibt jedoch unklar und steht im Mittelpunkt weiterer Ermittlungen. Bisherige Befragungen brachten keine Erkenntnis darüber, was zu diesen tragischen Treffen führte. Die Polizei hofft, durch weitere Gespräche das Motiv hinter der Tat aufklären zu können. Die Tragödie kam ins Licht, als die Feuerwehr nach einem Alarm am Samstagnachmittag die Wohnung betrat und dort drei Leichen mit Schussverletzungen fand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Im Zuge der Untersuchungen wurde eine Handfeuerwaffe und eine Langwaffe in der Wohnung sichergestellt.